Every time it closed my eyes, it's like a dark paradise, no one compares to you. I thought... Of course also with a... Is it the old generation or... I have another generation. Of course also with... V8. We could also have a round of lights. I am really curious if we already have the most difficult streets. What the lights are about... Was das betrifft, betrifft. Was ist eigentlich keine Liftachse? Ich freue mich schon so sehr, dass ich die Flasche der Bremse aktiviere. Wie immer bergauf und bergab. Das, was uns Schweden bietet. Häuser im Wald und am See. Oh shit. Ich muss echt noch mal eine von diesen alten Elkebis finden. Vielleicht irgendwo sind wir nach dem Volvo oder viel zu schnell. Ah, wir haben Temporat. Gut. Auch wenn wir eh zu schnell sind, vielleicht wieder vorne. Müssen wir da eh wieder warten. Und langsam wieder herfahren. Gut. 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 Und von einer Lonchstraße von der E22 bis zur nächsten Richtung Linköping Vielleicht kommen wir relativ spät in der Nacht an bei der Fähre In der Nähe von Stockholm Haben wir den ganzen Tag Zeit, Russland zu genießen Was wir dann ausgeliefert haben Kann man auch echt neu applaudieren In der Toleranz reingefallen Wahrscheinlich wird der Toleranz gar nicht mehr da Okay, wer auch immer hier ein Fußball ist Als Skulptur Muss ich jetzt nicht verstehen Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 soll ja vernünftig sein, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss unerwartet sich zu bremsen. Nach Nynessem oder Hann oder irgendwie sowas. In der Richtung. Da wollen wir das hin. Zum Schiff mit dem wir noch in Russland fahren. Oh. Was denn noch sonst? Oh klar, dass einer von den Nitz übertreiben muss. Oh, da ist eine rote Ampel. Beziehungsweise hier ist eine Ampel. Okay. Und das ist neu. Anhaltes Weibach Wie viel lost, gucken wir mal an. Wie viel das war. Wie viel mehr von die Türen? Wir wollen die Türen am sini. Ja. Wideren? Wie viel? Wie viel zu dem. Wie viel zu diesem? Wie viel zu diesem? Weil die Ampeln bei uns immer rot sind, daran kann man sich ja gewinnen, aber weil das hier so viele Ampeln sind, müssen wir schon ein bisschen... Ungeworden. Wo viele Ampeln gibt es denn hier noch in der Stadt? Ich hab nur noch eine. Obwohl eigentlich gar keine mehr ist, leider wurde ein Ingebar gebaut, platziert. Aber ich glaube nicht. Oder doch? Und wer hätte das gedacht, sie wird rot. Was für eine unerwartete Überraschung. Und wer hat das? Da muss ich den Blinker ausschalten. Äh, ich wollte schon was sagen. Ich bin neu, dass ich den Kalaus verleidepan dürfte. Ich bin neu, dass ich den Kalaus verleidepan habe. Ab, da ist ein Petersburg. Fährt jetzt schon eine Fahrt. Geht übrigens überraschenderweise schneller als nach Gdansk. Vielleicht ist da ein bisschen mehr Strömung. 14 Uhr, was heißt das jetzt? Sonntag 10 Uhr. Okay. Erster Haufen halt in Sankt Petersburg. Und erster Haufen halt in Russland. In der dritten Staffel. In der dritten Staffel haben wir ja schon mal das Vergnügen. So das eine oder andere Mal. Oder auch nur das eine Mal, ich weiß es gar nicht. Ja, aber ich glaube, dass der Kamaas doch eher einer, eher der zweite LKW wird. Die ich ihn holen werde. Es ist leider, wir fahren jetzt nur noch in Wingstar. Eigentlich kann ich ihn ja schon wieder reinhauen. Also nach heute. Also nach später. Nach später, genau. Oh Gott. Ab nach Pskov. Oh Gott. Oh Gott. Ganz, ganz schön. Okay. Ah. Könntest du erst mal ein bisschen Gas geben? Das ist auch mal was schönes. 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 Dafür dürfst du gleich 60 fahren? Ja Wie dürfte ich ein Blitzer sein? Ein Autor oder so? Nee, da oben Ich muss noch 60... ok Dann ignorieren wir mal die 90, die da vorne schon stand und hier stand Können wir gerne machen Auf der M20 und wir befinden uns nicht in Enge Ich wollte schon sagen, dann können wir mal ein bisschen schneller fahren Ha Direkt wird überholt Direkt wird überholt Schiff Fangen Schiff Das ist so wichtig wie Sie die Hälfte der Strecke von Sankt Petersburg haben wir schon hinter uns, wir sind bei Luge. Untertitelung des ZDF, 2020 Und jetzt sind wir auf der E95 Warum nicht? Und jetzt sind wir auf der E95 Wenn wir an die russischen Landstraßen können auch manchmal entspannt sein, entspannend sein. Aber plötzlich, wo plötzlich, kann sich verändern. Das ist das Gefährlichste, das Spannende, wie auch immer und da haben wir es schon. Einbruchst du an den Straßen, aber jetzt sind wir schon mal ein Teil davon, von dem was uns erwartet. Uns erwarten auch noch Sandhaufen oder sowas in der Art. Das ist das Gefährlichste, das ist das Gefährlichste. Auf jeden Fall auch eine sehr schöne weite Landschaft, flach und hügelig, trotzdem weit einzusehen. Viele kleine Dörfer. Auch viele Polizisten. Die am Straßenrand auch drauf lauern uns das Geld aus der Fasche zu ziehen. Ja, die brauchen wir auf Uro. Ja, man könnte auch den ein oder anderen russischen Schlock hier reinbringen. Okay, sie werden definitiv nicht überholt. Aber wenn sie überholt werden, dann ist der Bus halt doch schon ein bisschen vagemütig hier. Äh, die Geschmack hat sich über... Okay. Ich mach alles zurück. Er ist ähm... Sehr gemüt. Interregiopus. Alter Verwalter, zieh doch noch näher ran. Oder früher rein, oder näher, oder was auch immer. Ja. Ich muss nur noch auf Kühe aufpassen. Ich hab kein Glück gehabt. Das ist mal keine Gefahr von Krillner verfarbern. Oder Rehe. Ich glaub, das war aber, glaub ich, ja, äh, Vieh. Das ist auch schon fast lang krumm. Ein Mercedes aus, aber... Aber den Russen weiß man nie. Die haben halt das Geld. Von dem R Предwerfen hat er ja nicht erlaubt. Die haben den Russen wie ein πάler... Wenn man auch nicht erlaubt ist, etwas machen kann. den Russen sieht, vielleicht ist es sehr gut. Die haben die Schmitteln in der Russen. Die haben die Schmitteln . Oh, aber ja. Ein Kurs dazu. doch schon ziemlich lang äh 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 sehr softe Verhältnisse finde ich gut haben wir nur so kleine Waggons, äh kleine Züge kurze Züge er ist auch mal im Skow sehr schön so sind wir wohl wieder genötigt die nächste andere Phase abzuwarten oder auch nicht schaffen das Das war's der die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wir warten einfach mal der Sicherheitshalte Ich weiß nicht, dass es Geheuer gewesen Oh, fahr doch, Mann! Ich guck mal doch gar nicht rum, ey! Wenn man so komisch hält Eigentliche Scheiße Ich mein, Hut ab, dass er satten hält Vielleicht auch immer ein bisschen mehr Sinn auf Verstand anhalten Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ach, endlich mal den 5-stelligen Bereich Und natürlich noch ein neues Level höher Das heißt, wir gehen auf hochfällige Fracht Wir gehen auf hochfällige Fracht Vielen Dank.